Keine Ahnung, oder? Ja, du bist wirklich verwirrt. Erst, jetzt hör auf. Warte. Ich seh nur noch die Hälfte. Danke. So. Ich grad ist fast im Spiel. Nein, da musst du springen. Achso, da muss ich halt springen. Okay, genau. So, okay. Was? Bis wohin ist das jetzt geflogen? Sehr gut. Verwirrt hab ich's geschafft. Verwirrt haben wir was geschafft. Verwirrt haben wir was geschafft. Bleib weiter, verwirrt, das klappt. Nicht springen, jetzt. Jetzt nochmal. Genau, jetzt da. Achtung. Ja, da hätte ich einen kleinen Sprung machen müssen, oder? Erst, ich mach mal einen schrägten Plan jetzt. Schreib mal auf, wann ich wohne. Ja. Gute Idee. Ja. Super, nochmal. Okay, noch eine Chance kriegen wir. Finde ich super. Direkt hintereinander, das musst du ausnutzen. Ich weiß nicht genau, was du von der Zeitung machst. Nein. Ja, du hast mich nicht erinnert, du. Ja. Also wirklich. Welche schleicht sich jetzt nicht schon wieder du, du Tepper, der Rakete? Solltest du mal Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging spielen? Ja, das ist ein cooler 3D-Dr. Kawashima-Kopf. Ah ja, gibt es aber einen Patton? Nein, ich glaube nicht. Also du kannst das schon, die alten D-Spieler haben 3D-Spiel, aber... Ja, das war scheiße. Hier. Okay. Au. Mein linker kleiner Finger tut verdammt weh. Ja, ich spiel's ja nicht mit dem Controller. Ich bin der Loser mit Tassadou. Ja. Ja. Sei nicht so hart, wie du lebst. Wann hast du angefangen? 20, genau. Achso, ja. Wann nehmen wir, wie lange nehmen wir jetzt schon? Äh, fast eine halbe Stunde. Cool. Hey, da kommt doch dein schlimmster Befürchtung, du hast wieder einen 3D-Stunden-Partner. Achso, du teilst die Nähe auf, genau. Naja. Naja. Irgendwie so. Schätze ich mal. Irgendwie, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Na dann, versuch's nochmal zu schaffen. Das bringt mich nicht zum Kochen, ey. Wart, wart, wo willst du hin? Später abspringen. Genau. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Aber nicht springen. Jetzt. Jetzt? Okay. Okay. Kleiner Jump! Was ist? Ja. Ja. Oh. Oh, 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 wow, 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 wow. Knapp. Oh, sch**se. Oh Gott! Oh Gott, oida! Jesus Maria und der Balthasar ist uns daherst. Mein Gott! Wie bin ich hier! Das Balthasar nicht hing zum König, der irgendeinem Stern nachgerannt ist? Ja, so circa. Um irgendwie ein Haus in Jerusalem zu finden, damit er die Volkszählung durchführen kann? Ja, sowas ist schon wichtig, ne? Ja, sicher. Aber da hat er so komische Freunde von Cäsar oder wie der gestern. Schaut, das rächt mich schon wieder auf. Allein wieder bei den drei Heiligen Königen. Was hieß das? Ein Schwarzer und zwei Weißer. Achso, er hat ungerecht aufgeteilt was. Ja, kann das nicht so 50-50 sein? Aber die hatten keinen vierten Schauspieler dabei. Na? Na? Ja, wir versuchen jetzt mal das Thema zu wechseln hier, weil sonst... Wir kommen, ey... Ich kann mich echt mal... Ich hab mich als kleines Kind als einem von den verkleinert müssen. Also um die Häuser ziehen müssen und Niedersingen müssen. Ich will nicht, dass du irgendwas dazu sagst oder irgendein Volkkommel da draußen hast. Ich leite jeden Tag da, wenn ich denke immer jeden Tag in der Früh. Ich war einer der drei Heiligen Könige und bin um die Häuser zogen. Super, ich hab mich die ganze Nachbarschaft. Achso, ja. Ja, aber sie hätten mich nicht schwarz anmalen müssen. Ja. Genau, dazu sag ich jetzt mal nichts. Wieso? Ach, nichts. Aber sie haben mich natürlich nur wegen meiner singenden Filz. Achso. Ist das alles scrapped oder was? Ja, weil ich singen kann, ja. Achso. So, nächste Chance. Ich schaff' es. Ich schaff' es. Ich schaff' es. Ja. Ja. Na, fuck! Ein scheiss Sprung hätte mir noch gefehlt. Ein scheiss Sprung. Ich schaff' das jetzt noch. Ich schaff' das jetzt in den nächsten paar Minuten. Ich sag's, nicht einmal eine Minute gebe ich noch. Also, nicht einmal eine Minute. Schau, jetzt schaff' wir's nämlich. Ja. Mhm. Bin ich überzeugt. Scheisse, Alter. Was ist das für ein Level? So. Nächster Versuch. Oh. 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 So geht's auch. Sehr gut. Oh, nein! Fuck. Nur weil ich irgendwann aus dem Rhythmus gekommen bin mit drin. Was mach' ich da? Der Heil. Ah, Mann, Mann, Mann. So. Hä? Ich hab' die Band auch schon vergessen, oder? So echt. Warum greifst du auf'n Bildschirm? Na egal. Das war die. Oh. Ah. Okay, ich weiß nicht wer's war. Was es war? Ich hab' ich nicht gesagt. Ich hab' ich nicht gesagt. Ich hab' die Sorge verstanden später. Okay. So. Na. 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 Ich versteh' schon. Du musst da stehen bleiben, damit's zurückgeht, dass du den lenken kannst. Und. Sehr gut. Jetzt muss einfach klappen. Jetzt muss einfach klappen. Muss einfach, ne? Ja. Unbedingt. Du hast ja schon wieder nichts gesagt. Aber das ist deine Schuld. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Sehr gut. War das denn ernst, oder? Was? Das war sicher mein... Nein, das war nicht mein Ernst. Okay. Dann. Hab jetzt. Das war natürlich nur Spaß. Jetzt schaffst du's. Jetzt schaffst du's. Verdammt. Gott. Du hast es jetzt nicht geschafft. Ich wäre als Wahrsager da gestanden. Ja, du bist keine Wahrsager. Nur ich keine Wahrsager. Ja. Hätte ich die Nummer einrichten... Irgendeine... Äh... Teure Nummer einrichten können. Und dann den Leuten sagen, sie sollen mich anrufen, wenn sie Probleme haben. Und was wissen wollen. So wie diese komischen Hotlines da, wo die Karten liegen dann. Dann. Haben sie anruft. Es werden dich auch so wieder... Äh. Hm. Was machst du dann? Du gehst mit den Personen unter eine Decke und zeigst ihnen dann Kugeln, oder was? Deine Wahrsager Kugeln. Äh. Achso. Ja. Verstehe. Aha. Okay. Wie denkst du schon wieder? So hab ich das gar nicht gemeint. Ja. Ich hab aber nur eine. Achso. Nein. Das hat sich auch komisch an. Nein. Mit deiner scheiß Wahrsager Kugeln. Eine. Ja. Du hast nur eine. Ich weiß nicht. Süß. Äh. Naja. Egal. Wo gehst du hin? Ja. Ich wollt grad wieder zurück. Haha. Aha. Okay. Und? Ja. Du. Penner. Das hätte gelten sollen. Hm. Hm. Ach. Ja. Ja. Tja. Rapture. Geh halt den Baum. Du hast jetzt schon mittlerweile Kugel übersetzt. Was heißt Rapture? Du willst wissen. Ja. Dann schreiben wir das nach. Wenn ich schon zunächst hartes zu gebrauchen bin. Ja. Ich wollte das auch schon in einer anderen Folge wissen. Aber ich hab vergessen zu schauen. Ey. Rapture. Äh. Entrückung? Das heißt ja was ist Entrückung. Was? Ich glaub nicht dass das Entrückung heißt. Entdrückung? Ent... Ent... ...Rückung. Entrückung. Ja. Das heißt... Das ist so sehr. Ja. Das heißt Entrückung, Entzücken, Verzückung, Schwärmerei, Glückseligkeit oder Verzücktheit. Aber das glaub ich irgendwie nicht. Aber das glaub ich irgendwie nicht. Google übersetzt der Schwindel oder Schwindel. Dann schau Leo Werterbuch. Ah ja. Leo Werterbuch. Genau. Das ist keine Werbung. Äh. Uh. Das gibt's jetzt auch aus der Android App. Also wer's haben will. Los. Äh. Okay. So. Gibt's da für irgendeinen Slogan? Äh. Better work with the best. Stradley. Oder so. Dann an Online Service die Leo GmbH. So. Äh. Was wollt man schauen? Rapture. Schuld vergessen. Haha. Und bist schon wieder weiter? Äh. Ja. Ich komm grad unglaublich weiter. Das kannst du noch nicht verschreiben. Okay. So. Äh. Begeisterung. Das kann nicht Begeisterung heißen. Muss ich mir vorwünschen. Begeisterung? Haha. Freudentarmel. 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 Ja. Also. Ich hab wohl einen an der Katsche erst. Äh. Denk auch. Ne. Das ist richtig. Wirklich? Höhenorange heißt's auch. Höhenorange. Höhenorange. Und du bist ja da in der Höhe. Du bist ja da immer auf so irgendwelchen. Dingerl, oder? So. Hochhäusern. Haben wir am Anfang gesehen, genau. Es kam auch irgendwas mit. Achso. Ja. Das ist auf jeden Fall schon Höhenorange. Und du bist da auf irgendwelchen. Wolkenkratern. Das bedeutet, das könntest du irgendwie auch heißen. Das könnte heißen, ja. Okay. Mal wieder zu, ne? Jetzt musst du wieder anständig spielen. Ja. Ich versuche schon die ganze Zeit anständig zu spielen, aber ich krieg nichts auf die Reihe. Also. Warum nicht? Wegen dieser scheiss Bandage. Wegen dieser scheiss unnötigen Bandage. Ich bin jetzt per Part 100. 100. Was bin ich jetzt? Was war die letzte Folge? Ah, jetzt. Ah. Ah. Ich muss ja wieder nachschauen. Jetzt. Mann, Mann. Boah, bist du gut informiert. Jetzt weiss ich warum du nicht eingeladen hast. Damit ich da immer irgendwas nachschauen kann. Äh. Da bist du. Und du hast hier. Äh. 156 war der letzte, der oben ist. Das bedeutet, wir haben 157, 158 und das ist jetzt schon der 159ste. Ja. Und das reicht jetzt bei 159 hier auf der Umkreise. Also. Wer gibt's denn? Wieso? Ist das ne Unglückszahl, oder? Na, ich mag's dann einfach nicht mehr. Achso. Verstehe. Ja. Schau mal nach, ob ich bei Single.at was Neues hab. Achso. Du kannst mal passen. So. Nein. Hast du auch schon total gemeldet? Äh. Nein. So verzweifelt bin ich noch nicht. Aber bald kommt die Zeit. So. Äh. Nein. Ja. Nein. Gewinn. Ja. Ganz ruhig. Nein. Was zur Hölle? Hast du das gesehen? Was? Da war auch aufgesprengt. Wo? Die linke Seite kann man auch aufsprengen mit der Rakete. Hab ich grad gesehen, die ist aber auch aufgesprengt. Echt? Deswegen kann ich auch nicht mit Blut, äh mit so Meat Boy Blut, äh. So. Das hab ich gar nicht gewusst. Aber rechts ist sowieso leichter zum aufsprengen. Also. Das ist irgendwie irrelevant. Jetzt geht er. Gott. Mein Gott. So 20. 35. 50. Bei 50. Bei 50. Oder bei 10. Oder so. War der schon offen? Ja. Seit wann war der offen? Seit der letzten Rakete? Ja. Sie ist direkt da draufgeflogen und dann hast du noch eine Rakete gleich hingelegt. So mal. Aber jetzt, jetzt, jetzt. Ganz ruhig. Erinner mich da nicht, ich vergesse es gleich wieder. Okay, mach ich. Noch nicht springen. Ich hab nicht auf dich gehört. Stimmt. Das war dein Verderben. Was ist etwas? Was hast du vor? Oh mein Gott. Das war ein ziemlich gewagtes Blut. Du hast mich. Wie lang? Wie viele Stunden hab ich jetzt diese Musik schon gehört? Oh. Oh, die Musik... ist auch schon sehr lang, was? Ja, es sind dann mit 80, wenn ich die Musik vielleicht mal wieder höre. Ich bin grad aus zu... von einem Krückschloss hier irgendwo reinmachen. Ja, genau. Dann erzähle ich meinen Kindern, was ich damals für Scheiße gemacht. Na, dein Enkel. Ja. Auckel bin ich ja schon. Echt? Cool. Glückwunsch. Hm... So. Ach so, danke. Bitte. Aber das bin ich schon. So, die Klappe haben. Okay. Ich versuche gerade irgendeinen Scheiß zu labern, dass ich... Ich springe halt, verdammt! Was? Vergiss da einfach die Leertaste, die gibt's dann nicht mehr, okay? Ja, super, warum sagst du das erst jetzt? Außer eine Sekunde später, dann gibt's das dann wieder. Weil dann muss ich schon... Mhm. Mhm. Ah, weiter... Wow. Ja! Sehr gut. Yes. Wer hat das denn? Wer hat das denn? Wer... Warte... Jetzt... Jetzt habe ich mich so sehr darauf konzentriert, dass ich nicht hübe. Kannst du jetzt schon aufsprengen, oder? Na, jetzt... Jetzt schau hast du das... Das kann man jetzt schon aufsprengen, auf links. Hast du dich ja nicht gesehen, oder? Na, egal. Das kann man sich aufsprengen, ich bin zu farbliert. Kann man blind. Was mache ich? So, konzentrier dich jetzt, jetzt... Jetzt bring mal deine Pion in gang. So. Jetzt machst du das so. Jetzt hüpfst du da, und... Ja, super. Danke, du Schess. So, nochmal. Ja, warte. Okay. Anstrengen. Sehr, sehr, sehr. Mein Köpfchen anstrengen. Ja. Nein. Okay. Okay, ab jetzt. Jetzt. Okay. So, jetzt wird die Leertasse nicht mehr. Jetzt. Genau, jetzt. Genau, dann kleinen Sprung. Wow, warte, 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 ich habe einen kleinen Sprung gemacht, oder? Ja, die Kreißsäge war jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne. Wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Wie war's denn? Erst wenn ich jetzt noch einmal... Jetzt, warte, jetzt kann ich es am nächsten. Was? Es hat gerade kurz geleckt, aber es geht schon wieder. Ja, egal, ja. Was hast du gesehen? Es hat geleckt, aber jetzt geht es wieder. Ja, aber was hast du da vorgesagt? Ja, die Kreißsäge war irgendwie schon weiter... näher bei dir. Du musst halt schauen, wo die Kreißsäge ist. Ich würde... da hoch zu hüpfen bei den anderen Dings. Oh, jetzt kriegt es die ganze Zeit, aber egal. Jetzt... Jetzt kann ich dir nichts sagen, wenn es nicht springend ausgeht. Das muss ich jetzt selbst wissen. Ich weiß nämlich gerade überhaupt nicht, wo du bist. Ah, okay. Ey, ey, ich bin nicht zufrieden. Das waren lauter Legs, weißt du? Es wird wieder flüssiger... Naja, ganz flüssig ist nicht mehr, aber... Naja. Ah, jetzt geht es wieder. So, weißt du was? Wenn ich jetzt noch einmal zu früh hüpfe, ich gehe auf mit dem Part. Mit dem Part. Okay. Ja. Hör mal drauf. Das hat kein Ziel. Okay. Kann ich verstehen. Hm. Immer wenn ich mir selber Ziele setze, dann werde ich meistens besser. Okay. Ah, aber dafür kann ich nichts. Ja. Okay. Ist gut. Ja. So, nicht mehr springen. Jetzt. Aber warum ist die Gräse? Geht schon da. Genau, super. Nein! Verdammte Sch... Ja. Gut. Genau, das sollte ich sein. Okay. So. So, jetzt wird mal drei Parts, wenn es jetzt auf ist. Ja, ich mach 20 Minuten. Machen. Hm. Ich mach. Also, wie lange machst du deine Parts? Normal eher unter oder über 15 Minuten? Äh... Warte, ich glaub, du machst sogar über, oder? Jugmania sind 12 Minuten. Und... Assassin's Creed mach ich aber jetzt 15 Minuten. Weil da schon... ...sehr viel geklabert wird dazwischen und dann komm ich überhaupt nicht zum Spielen. Da, ja, ich würd 15 Minuten machen. Bittel mehr, kannst du ruhig machen. Ja. Könntest auch gleich vier Parts draus machen, aber das wäre zu viel für dein Gehirn, glaub ich. Ja, nachdem ich... ...drei, halb Stunden in dem Level drin ist, dann... ...kommt man schon ein bisschen... Ich seh, ich seh nur noch laut davon Wunknaller. Ja, jaja. Wenn... ...mich damit im Bett liegst, dann... ...vorstell'n, dass da... ...wunknaller auf dich zukommt. Ich knick dich aber, dann wunknaller auf dich. Das wär's... Habe ich jetzt Bandage, ich hab gar nichts gehört. Du musst es uns haben, ja, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja, guckt euch die Videos an, wir sind so auf dem Splash, das sind alle drei Viertelstunde. Oh, 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 und wie viel haben sie nach rechts geschafft überhaupt, ich zähle da drei Meat Boys, ja, drei Meat Boys haben sie da jemals nach rechts geschafft, also links war wirklich der schwierigste Part und falls ihr selber zocken wollt, zockt es selber, ja, ich kann es euch nicht empfehlen, ja, und du verpiss dich jetzt aus meiner LP und wir sehen uns im nächsten Part, ciao Leute, nicht, wir nicht, tschüss. Ja, okay, chill. Ja, okay, chill. Ja, okay, chill. Ja, okay, chill.